Die Moderatorin des heutigen abends. Hallo. Wie war der Name nochmal? Schönfelder. Ja, Barbara Schönfelder. Toll. Barbara, du hast jetzt das dritte Mal in Folge den Felix Burda Award. Bist den am moderieren. Ich bin den am moderieren dran, so zu sagen. Ja, sag mal, hast du am Anfang so ein bisschen Probleme gehabt, so über anale Themen zu sprechen oder ist das so dein Metier? Also wer mich kennt, der weiß, das kann auch der Grund gewesen sein, warum man mich genommen hat, weil man eben wusste, dass das unter Umständen mir liegen könnte. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, warum alle denken, dass das so doof ist. Jeder, der es mal gemacht hat, weiß, dass letztendlich eine Zahnreinigung eigentlich schmerzhafter ist und schlimmer und dofer. Kann auch teilweise sogar Spaß machen. Und ich habe ja leider geschlafen, aber mir hat man gesagt, es war alles problemlos und ging auch schnell. Also du hast das nicht angeguckt? Also das kann man sich ja live auf dem Screen angucken. Nee, ich habe die Chance wahrgenommen, mal 20 Minuten in Ruhe zu Pennen tagsüber. Wann hat man die Chance schon mal? Ruhig zu liegen, keiner stört einen und jemand arbeitet irgendwie liebevoll an einem rum. Ja.